Alter, was für ein Reload hat denn der T-2er BB von den Russen? Keine Ahnung. Ey, ich hab einen Flieger? Ja. Sei nicht der Besonderheit. Ich hab keine Ahnung, was er bringen sollte. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Brenne, d-d-brenne! Schalalala! Brenne, d-d-d-brenne! Schau mal, ein DD zum Weißtut gebracht. Er schreibt zu mir Hufenson und Hacker schon die ganze Zeit und stirbt. Stell dir vor, das Ding hätte auch noch Reparaturmannschaft dabei. Okay. Okay. Das war's für heute. Man muss zugeben, der Flieger hält auch ganz schön lange von den Dingen, ne? Wie geil einfach diese T3-Maps waren damals, ne? Das war's für mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Und eine Zitadelle. 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 Nice, good set.